Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist mal wieder Zeit für Call of Duty Mulder & Wuffer 3. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map Arkaden. Oh, eigentlich war es ja kein neues Projekt, sondern eigentlich eher ein altes Projekt. Und ja, Arkaden ist heute mal angesagt ein deutsches Einkaufszentrum. Und wir nehmen die MP5 mit die SMA-B-Splitter-Blendgranate-Fingerfertigkeit-Bro. Und den guten alten Stalker. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hoch hier. In das Arkaden hinein. In das Arkaden. In die Gruff des Todes hier. Riecht hier schon nach Pommes. Hier stinkts. Erstmal hier durch hier. Ich geh nach unten und schieß gleich mit der MP5 hier. Meine ersten Gegner ab hier. 200 Punkte. Natürlich sofort wieder mit dem Messer. Hinterher Spielverderber. Und wir machen uns weiter hier. Fucking mapping. Shit crazy man. Oh my god. Was gibt's doch gar nicht hier. Wurde. Eliminiert hier. Eliminiert. Oh. 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 Nein nicht mit mir. Jetzt bleibst du mal hier schön stehen. Wir gehen nach oben und laden unsere Waffe erstmal nach. Folgend dem anderen Typen. Oh. Oh. So, was ist das? Was ist das? Wir haben eine Drohne AC 4er Punkte Serie, wir legen uns weiter auf den Boden und gucken nochmal was die Einde machen und wir wurden eliminiert hier. Oh mein Gott, das gibt's ja gar nicht, wir gehen weiter nach vorne. So, die Treppe nach oben, mein Gott, die Spannung steigt hier schon ins Unermessliche. So, was haben wir hier noch für eine Waffe? Oh, die SMHW hier und die Grenade kommt auch hinterher und wir erschienen den Rocket Launcher. Oh mein Gott, das ist ja, das geht nur für 200 Punkte. Oh man, what the fuck is that man? What the fuck? Okay, wir gehen nach vorne, nach rechts. Oh, was? Ein Schatten, ein Schatten, ein Schatten berührt mich, ein Schatten berührt mich, da muss man ihn gleich mal eliminieren. Eliminieren ist mal gut. So, guck mal auf die Skull ist, oh, 7 kills, oh mein Gott. Okay, wir gehen nach unten. Oh, da vorne, ein neuer Kill, ein neuer Kill. Oh, wir haben ein Bodenluftgeschütz erzielt, meine Damen und Herren. Das wollen wir gleich mal aktivieren hier. Haben wir gemacht und wir gehen weiter. So, so, hier wird schon was anvisiert, ihr seht es schon hier. YouTube Gamescom, visiert es an und wir haben eine Drohne zerstört. Wow, man, es ist einfach Wahnsinn. So, bleibt mal schön da stehen. Oh nein, ich wurde eliminiert hier, meine wunderbare Drohne eliminiert, vernichtet, das gibt's auch gar nicht. So, oh, bleib mal hier stehen, du bleibst mal hier schön stehen. Oh, so, es ist wieder Ruhe eingekehrt auf der Map. Und wir können weiter nach vorne, nach oben, nach links, nach rechts. Aber wir verlieren trotzdem. So, kommen die ganze Schlüssel her. Geben wir mal in das Kaschmirer rein hier. Oh, da liegt er, da liegt er, da liegt er, da liegt er, da liegt Alderdo. So. Oh, da rennt Buss, da rennt Buss, aber nicht mit uns hier. Unser Team verfolgt diesen kleinen, kleinen Noctuber. Noctuber, 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 Noctuber. Ja, das ist ein Noctuber und ein Noctuber bleibt auch immer ein Noctuber. So. Ja, das haben wir schon den nächsten Kill, 200 Punkte. Blieb einfach so stehen. Oh, wow, man, Rugs. Ja, das ist ja mal Ola drauf. Ja, da ist meine Drohne zerstört wurde. Das wäre jetzt cool gewesen. Guck mal, guck mal hier, hier ist mal weh auch dabei. Oh, da kommen die Kampfjets an. Da kommen die Kampfjets. Wir wollen Gaddafi. Wir wollen Gaddafi, aber sie bekommen ihn nicht, weil er schon tot ist. So, ganz gefährlich hier unten, die Treppe. Die Treppe. Oh. Guckt euch das mal hier an. Eine verbesserte Drohne habe ich auch mit dabei. Nicht mit mir, nicht mit mir. So. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? 200 Punkte. Oh, nein, das ist aber sehr schade. So, oh, da rennt doch wieder was. Da rennt doch mal wieder ein Soldat rum. Bleib doch stehen, Soldat. Soldat, bleib stehen. Oh, warum machst du meinen Kinn kaputt? Warum? Oh. Oh. So. Da oben ist er. Schau dich so an. Muss mal mal aufpassen hier. Aha. Aha. Ja, genau. 300 Punkte. Du kannst zählen. Das finde ich schon mal sehr gut. So, was mit der Kiste nachladen? Hier. Kiste nachladen! Ich bin nicht der Beste. So. Das zerstörte Treppenhaus. So, wieder 4 Punkte Serie habe ich erzielt hier. Das Sniper da hier oben. Und wir gehen in das Kaschmirer rein. Mit der Rüste. Chillt sich hier auf dem Boden. Bin ich schon mal sehr sympathisch. So, McDonalds ist hier auch. Aha. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch hier? Jetzt ist ein HW dabei hier. Sehr schöne Waffe. Ah, da rennt was. Da rennt was. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Er ist auf mich zugerannt. Wie Albertos Mutter. Da ist er! Guckt euch das an hier. Was haben wir denn hier? Oh. Perfekt. Ja, wir haben leider eine Niederlage erzielt. Punkte Level erreicht 6300 zu irgendwas. Und da haben wir den T. C. 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 2, 2. Ja, das war es eigentlich schon wieder von eurem M2Games.com. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Tag. See you later, alle Gäder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.